Servus Leute! Falls ihr euch wundert, warum das Bild heute so anders ausschaut, das ist, weil wir heute mit den Abenteurern von eurer Mama, Uti und Mucki filmen sind. Wir sind heute hier im Waldseilpark am Kallenberg. Das ist ein Kletterpark, wo es schöne Kletterparcours gibt und hier werden wir einfach um die Wette klettern. Da das der zweite Teil ist, müsst ihr euch unbedingt noch den ersten Teil auf ihrem Kanal anschauen. Und ich würde sagen, legen wir los. Im ersten Teil habe ich mich mit dem Mucki auf der roten Piste gebettelt. Jetzt wird es Zeit, mich mit dem Uti auf der schwarzen Piste zu messen. Uti beginnt! Und los! Stopp! Der Uti ist schon wieder hier. Was ist das für ein Blödsinn von dir? Der Uti macht hier... Stopp! Eins, zwei, drei! Das ist ein Schummler! Brutze! Macht Übung! Und los! Das ist zu schnell! Ja, ja! Stopp! Das sind alles keine Zeiten, du Arsch! Denk dich aus! Schnell! Du hast es genommen! Try to beat that! Beste Freund! Zwei! Drei! Gute Style! Ja, aber du bist trotzdem langsamer! Ich weiß! Ein größerer Haxer! Schieb es auf die Haxen! Stopp! Oho! Das war nicht schlecht! Stopp! Stopp! Du hast den Sturz! So gut, dass ich selbst im Besuch! Oh mir rammt die ganze Tür vom Schlotter in die Eier! Oh, mir ist der Schienbein, glaube ich! Das ist nicht! Oh, wir haben den Schienbein, glaube ich! Oh! Jetzt haben wir nur die Haare! Oh! 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 Einen Sturz für mich? Für uns alle! Glaube ich? Fuck! 3.16! Fuck! Uti, du hast gewonnen! So, das war es jetzt auch schon wieder mit der Challenge. Ich habe leider beide Durchgänge gegen den Uti und den Mucki verloren. Deswegen müsst ihr euch jetzt eine Bestrafung für mich überlegen. Schreibt das in die Kommentare rein, was der Niki machen soll und dann werden wir das gemeinsam wieder umsetzen und den Niki schön quälen. Ich glaube, das wollen wir alle gerne sehen. Oh ja! An dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Walzellpark Hallenberg. Schaut auf jeden Fall mal selbst dabei, ist wirklich cool! Crazy! Und ja, man sieht sich! Wir sind weg! Wir sind weg! Wir sind weg! canyon! W aventen! Ich wollte ihr zu bleiben! Ja! Wir sind weg! Ich habe wieder Spaß gemacht! Wollen wir sind weg! was das deep입니다! Und da wäre nicht leicht! oder? Wir sind weg! Vielen Dank.